So, Digga. Jetzt wird hier alles aufgestellt. Die Lampe ist auch aufgestellt. Kamera produziert auch so. Und ich hab vielleicht auch Piesler oder was gedacht. Das habe ich heute mal ein Video. Ja, das funktioniert. Und ähm... Früher habe ich hier so kränziert. Und ähm... Und die muss ran pranken, Digga. Und da hinten die Fernbedienung so auf den Kopf geschaut. Gut, dann kann ich jetzt die Kamera anstellen. Perfekt! Piesler oder was gedacht, was ihr euch schaut in einem Video? Ja Leute, heute wollen wir mal den Frank folgen, Leute. Ich weiß, wir haben schon lange nicht mehr an dem Frank geprankt, Leute. Und ich hab mir so gedacht... Er hat mich eben gerade geprankt. Das war ganz schön fies. Deswegen, Leute, müssen wir ihn mal zurückpranken. Habe ich mir so überlegt... Äh, öde. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann habe ich mir so... Dann habe ich mir so ein bisschen überlegt. Und dann habe ich so gedacht... Ja, lass mal... Der, also so... Nicht nachher so... Ohnmächtiger Liege-Prank machen, ne? Ohnmächtiger Prank. So, ich krieg nachher... Warte, ich kann dir mal zeigen. Diese schöne, leckere Fernbedienung hier. Auf dem Kopf. Aber die wiegt auch schon was, Leute, wenn ihr es halten könntet. Das... Es wiegt! Und wenn das mal auf dem Kopf war, halt natürlich... Dann werfe ich das nicht nur so hoch und dann... BAM! Ich krieg's so auf dem Kopf und mir wirklich unmächtig ist. Sondern ich tue nur so. So... Ne? Ich mach so nachher... Den Dings dann kurz fallen lassen. Da auf dem Boden tue ich das. So ein bisschen fallen lassen. Aber natürlich nicht, dass es kaputt geht. Ich bin hier gerade bei Frank, bei Oma, ne? Weil meine Mutter halt arbeiten müssen. Deswegen... Und deswegen, ähm... Ja, ist es halt so runtergefallen. Dann. Ich lass das dann so ein bisschen runterfallen. Das ist so ein bisschen clear. Ich hoffe, ihr hört es. Und der ist gerade auf Klo. Also, ich glaub, unten bei meiner Oma oder auf Klo. Ich hoffe, der hört es dann auf jeden Fall. Und, ähm... Ich hoffe, der hört es. Wenn nicht, wäre natürlich der totale Fail. Mann! Totale Fail. Aber... Er wird schon höher, ne? Wenn ich ein bisschen fallen lasse. Irgendwie ist schon schwer, wie gesagt. Naja... Lass ich mich da hinfallen. Einfach, aber die Kamera... Ich hab nämlich zwei Kameras mit. Da wird eine Kamera stehen. Und da wird eine. Aber ich glaub, die da, da hinten, die dann steht, wird funktionieren die hier gar nicht. Nur am Ende. Und die vielleicht... Dann steht die einfach nur so. Ich hab grad nämlich mit dir auf. Und das kann ich immer wieder wechseln. Weißt du? Und... Ja! Leute, ich würd sagen... Wir machen das. Geiler Prank. Ich füge ihn noch hier rein. Ich würd sagen, wir fangen jetzt an! Bis gleich! Peace, Leute! Jetzt bin ich hier auf dem Boden. Da nehme ich die Kamera. Immer noch am Fenster. Aber ich würd jetzt erstmal in die Tiefe noch zu gucken, was er jetzt gleich dazu sagt. Was ist die Leute? Wer hat mich denn hier oben? Ich würd's hier so hin? Ich glaub, ich lieg mich jetzt hier so hin. Warte, und? Ist grad in dein Dreck davon? Dreck davon? Dreck davon? Ah, ist mir kaputt. Hey Marcel, was ist denn los? Hallo? Hey? Hallo? Hallo? Hat er sich ja schon in der Fernbedür hier erschlagen? Tatsächlich? Nee, da muss man Krankenwagen. Moment. Mein Handy? Ja, ja. Ja, hallo? Ja? Ja? Ja, ich muss... Ja, hier bei mir am Lockerberg. Hm? Ja, ja, ja. Der Marcel liegt hier unten am Boden. Zehnjährig. Ja, ja. Ist bewusstlos. Hat sich wohl irgendwie erschlagen mit der Fernbedürung oder was irgendwie. Ja, gut, danke. Marcel? Gibt's doch mal nicht. Hey, komm. Wettbach. Wettbach, komm. Ja? Na, Pause, Marcel. Was ist denn mit dir? Hm? Du? Hallo? Hallo? Ja, okay. Der Krankenwagen kommt ja gleich. Dann hatte ich ja jemanden gerufen. Okay. Also, ich habe einen Krankenwagen gerufen. Ne? Hallo? Hey? Morgen? It's a break! Oh, Mann, Mann. Ich habe einen Krankenwagen gerade gerufen. Wie? Ja. Wie jetzt? Ja, ich habe einen Krankenwagen gerade gerufen. Ja. Hä? Wie jetzt? Leute? Das war ein geiler Prank. Du hast dich mit der Fernbedürung gerade erschlagen. Ja. Natürlich war das so ein Prank. Hast du natürlich... Geht... Ja. Dann kann man einen rufen. Ey, eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du gerade wegen... Eben gerade... Hast du eben gesagt, wo ich mich auf Stopp gemacht habe? Hast du das gesehen? Wo ich mich auf Stopp gemacht habe? Hast du das gesehen? Wo du runtergegangen bist, Oma? Ne, gesehen habe ich noch nicht. Nein. Leute, aber hast du eben gerade gesagt, Marcel, Stopp? Ne, ich habe nicht gesagt, Marcel, Stopp. Ich habe nur gerade mit der Oma, weil die Oma gerufen hat. Deswegen... Ach so, deswegen im Video. Ich habe gerade das Video ausgemacht und habe das kurz angeguckt. Das hat sich so angehört, als Marcel, Mama, Stopp. Weißt du? Ja, das habe ich gesagt. Ja, klar. Weil die Oma, die Oma, die Oma gerufen hat. Ach so. Okay, aber du hast es nicht mitgekriegt. Aber du hast nicht gesehen, das Video Lauf. Also... Nein. Ich habe kein Handy gesehen. Aber wieso hast du gesagt, Marcel, Stopp? Weißt du das Video damit? Oder was? Ne, ich habe... Ne, weil ich hatte mal mit meinem Handy telefoniert und da wollte ich das Handy stoppen. Und da habe ich zu dem Handy gesagt, Stopp. Ach so, aber du hast doch... Ich habe kein Handy gesehen. Ich habe nur mein Handy. Ich habe nur mein Handy. Ach so. Okay. Ich habe gesagt, Marcel, Stopp. Weil ich dachte, das wäre ein Prank. Ach so. Ja, war ja auch ein Prank. Aber dann hast du wieder geklauft, ne? Mhm. Ach so. Ja, Leute, also... Der Prank ist jetzt echt. Kann das Frank sogar bestimmen, ne? Ja. Der Prank ist echt. Ja. Wusstest du was davon? Ne, ne. Siehste? Leute, also der Prank ist echt. Nur halt... Boah, ich habe mich eben gerade voll erschrocken. Ich habe es so schnell wieder so gemacht. Ich habe gerade auch Stopp so. Und da habe ich mich direkt wieder hingelegt, weißt du? Aber du hast auch nicht gesehen, dass ich auch Stopp gerade meine Kamera angerollt habe. Nein, 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 nein. Ne. Du hast nur kurz... Dann musstest du direkt runter, ne? Ich muss jetzt die Fernbedingung wieder reparieren. Ich schätze mich jetzt. Ich weiß, habe ich dir auch so den Hände gemacht? Ne, nicht Hände. Ich habe sie jetzt nur wieder. Habe ich dir auch so den kaputt gemacht. Nein! Das ist ja ganz... Das ist eine große Fernbedingung von großem Video. Die haben wir schon über 20 Jahre. Und das ist die Fernbedingung. Und wie fühlt sich das an, wieder gefrankt zu werden von mir? Schön. Aber du musst doch den Krankenwagen abstellen. Den habe ich ja gerade abgestellt. Oh, gut. Okay. Puh. Okay, perfekt. Boah, ich wollte mir nicht gerade sagen, Alter. Aber du hast wirklich den Krankenwagen jetzt gerufen? Ja, natürlich bin ich den Krankenwagen gerufen. Also nicht aufgerechnet, ne? Ne. Da rechnet man da nicht mit. Ne. Okay, dann hast du wirklich richtig den Krankenwagen rufen, oder? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du jetzt gar nichts mehr gesagt hättest, ist klar. Ja, dann hätte ich gerade mal rufen müssen. Und wieso? Hast du das so gemacht? Ach, wolltest du so wissen, ob ich wegen du hast vielleicht so gemacht? Warte, jetzt fragen wir dich mal. Hast du so gedacht, wenn du jetzt sagst, ja, hallo, hier ist ja, hier ist, sind hier der Krankenwagen? Hast du dann gedacht, ich wache dann so auf und sage, das war ein Frank? Hm, 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 hm. War es eigentlich? Ich wusste, dass das nur ein Pranker bringt. Man hört an deiner Stimme, wenn du so ganz, oh, scheiße bist. Also so ganz so, oh, erschrocken so. Und man hört so, wenn du so, okay, ja, okay, also wenn du das nicht glaubst, ne? Das sieht man. Na, wie fühlt sich das an? Es ist ein Prank, es ist ein Prank. Ja, du hast mich eben geprankt, ich hab dich geprankt, jetzt hast du mich geprankt. Du hast mich geprankt, ich hab dich geprankt. Genau. Ja? Ja, Leute, aber wie gesagt, wie der Frank gerade gesagt hat, ähm, ja, also der hat nicht zu mir Stopp gesagt, Leute, wir wissen wirklich nichts von dem Prank, stimmt das, Frank? Genau. Wir wussten wirklich nichts von dem Prank, also ich wusste natürlich. Ja, aber nicht. Er wusste es nicht, Leute. Der Frank wusste es natürlich nicht. Ich natürlich schon, ich will ihn ja pranken, ne? Das ist mit meinem Nacken alles. Ja, das kommt aber so, ne? Im Prank, im Prank, im Prank, im Prank stehen natürlich wieder so ein zurück. Kennt mich, Leute. Ich bin so. Wie er hat sich den letzten Tag geprankt hat, direkt danach am Tag, hab ich sie angerufen, willst du spielen? Ja, natürlich. Ist rübergegangen, hab ich die Kamera aufgestellt und let's go! Film! Ah! Ja? 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 Ja, Leute. Schaut bei meinen anderen Blemme-Videos vorbei. Warte, was haben wir letztes Mal gedreht? Teil 4 haben wir letztes Mal gedreht, ne? Mhm. Ja, Leute, entweder schaut bei Teil 4 vorbei. Ich glaub, das war Teil... Ja, Teil 4. Schaut bei Teil 4 bei Kaischen, knapp vorbei, Junge! Das ist was ganz cooles bei 4. Hat eine neue Kleidung, wirklich. Wie die neue Kleidung aussieht, Leute. Schaut rein. Die wird kein Spoiler sein. Schaut rein, auf jeden Fall, Leute. Und jetzt schaut ihr noch in die anderen Blemme-Videos rein. Und in anderen Videos, da mit dem Onkel Frank, äh... Onkel Kai, Onkel Frank, Pranks, was weiß ich. Das ist der next Prank. Und ja, Leute. Auf jeden Fall. Ihr habt's gehört. Ihr habt's gehört, Leute. Ja. Wird der Frank doch irgendwas für seinen Kanal sagen? Ja, Leute. Also abonniert auch meinen Kanal. Frank-M. Breuer. Habe ich eben auch schon das Prank reingestellt. Ging natürlich nicht so lang. Knapp 2 Minuten. Aber es müsste auch online sein. Ich werde mal sehen, heute Abend werde ich auch nochmal ein Video stellen. Ich habe hier die... Playstation 2. Playstation 2. Okay. Ist auch egal. Auf jeden Fall werde ich... Ja, Daumen runter, genau. Nice was. Auf jeden Fall werde ich heute Abend wahrscheinlich auch nochmal ein Spiel machen. Mal sehen. Alles gut. Ob das heute Abend noch funktioniert. Also abonnieren. Ja, mein Video wird natürlich wieder hier, Leute. Guckt den... Mein Video wird bestimmt... Das ist schon wieder 6 Minuten. Wenn ich das gerade eben abgebrochen habe. Ich wollte gucken, ob der Frank das sieht. Aber du hast ihn nicht gesehen, ne? Nein, nein. Das war nochmal knapp. Aber das war knapp. Das war knapp. Du hättest das gesehen, ne? Hättest du ja... Weißt du, wo die Kamera stand? Hier drunter, Leute. Hier drunter stand die Kamera hier so in der Ecke. So ganz in der Ecke habe ich hier noch was vorgestellt. Und hab dann so leise, hab dann so geguckt. Der war mit... An der Treppe mit Oma zum Beispiel. Hab ich ganz schnell auf stoppen. Hab wieder so hingelegt. Und dann ist er gegangen. Mhm. Ja, war natürlich praktisch. Ja. Es war natürlich richtig praktisch. Ja, Leute. Es geht wieder. Guckt jeden. Es geht wieder natürlich 18, 15 Minuten. Und ja. Will der Frank noch irgendwas sagen? Ich dachte ja gerade... Dann hat das ja nicht ganz schön. Nein. Also Leute. Abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke. Abonniert die Glocke bei FrankGroßM.reuer. Leute. Schaut vorbei an den Kanal. Richtig geiler Kanal. Wie meiner. Kappa. Etwas. Wie meiner. Und ähm. Naja. Andere sind besser wie Prankpost. Schon oft vorbei. Prankpost, Leute. Wir sind Fan von die. Und grüßt ihr auch ganz ehrlich halt Prankpost. Und ähm. Ja, Leute. Also schaut auf meinen Kanal vorbei. Man sagt was am Vogel. Seht ihr gerade. Und auf Frank Kanal. Frank. Also hier oben jetzt nochmal angeblendet. Wie es geschrieben wird. Hier, Leute. Da. FrankGroßM.reuer. Genau. Da, Leute. Da sieht ihr es gerade. FrankGroßM.reuer. Da sind zwar noch nicht so viele Videos drauf. Aber es kommen jetzt mehr. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit richtig zu drehen. Genau. Da sieht ihr es gerade, Leute. Da steht es. Oh. Ja. Ja. Das ist genau das. Das war das Korpusdeliktiv. Genau. Wo ich mich eben erschlagen habe. Kappa. Also erschlagen. Ja. Ich hoffe, Leute. Ihr habt es gefallen. Wieder der Poeng. Wie gesagt. Ich habe ja auch letztes Mal gesagt. Da. Ich bin bei FrankGroßM.reuer. Also bei Frank. Frank ist mein Onkel. Wie viele haben gesagt. Ist Frank dein Vater in der Schule und so. Du bist. Kannst du sagen. Du bist mein. Ja. Ich bin der Onkel. Genau. Frank ist mein Onkel. Ich bin gerade bei Oma. Weil Mama arbeiten ist. Papa ist auch arbeiten. Ding bin ich bei meiner Oma. Ja. Wir gehen vielleicht noch gleich raus. ein Video drehen. Soll ich mal gucken. Mal gucken. Schauen wir mal. Gut. Ich muss erst mal schauen. Die hier wieder einstritten. Ja. Und eben habt ihr gesagt. Hier ist eine Lampe. Hier war auch eben eine Lampe. Aber die hat so gesteuert. Jetzt so geblendet. Weil ich habe gesagt. Das hier wäre zu. Aber dann habe ich. Ich habe gerade gesagt. Es regnet. Nee. Bloß nicht. Es regnet doch. Warum kein Regen. Nee. Es regnet doch nicht. Okay. Du bleibst. Also eben. Ich muss mich mal richtig aussprechen. Nicht für jeden Satz. Immer direkt anders. Also hier war eben eine Lampe. Aber weil. Ich habe dann mal gesehen. Das dann so hell war. So überleuchtet. Mein Video. Und habe ich gedacht. Nee. Komm. Hör auf. Lass das. Da habe ich die Lampe wieder weggepackt. Weil ich nehme. Immer Leute. Das müsst ihr wissen. Zwei. Studion Lampen mit. Wenn ich ein Video drauf unterwegs. Immer. Kann ja sein. Nicht mal auf dem Flohmarkt. Oder so. Dings habe. Natürlich auch. Draußen. Wenn ich mal wegfahre. Aber wenn ich mal zu Tante Eilke fahre. Meine Tante. Und im Haus. Wir sind im Haus. Dann nehme ich auch so ein Kocharmut. Dann kann man so ein Klappen. Die zwei. Sind so groß. Ungefähr. Wie groß sind die. Weil die so groß. Sind meine zwei Freunde. Und die Kameraläute. Sind nochmal zwei Freunde. Und das ganze YouTube ist mein Freund. Und ja. Will davon gar nichts sagen? Leute. Abonniert meinen Kanal. Nein. Macht das nicht. Okay. Nein. 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 Ich sage es wirklich. Ich sage es wirklich. Leute. Abonniert meinen Kanal. Frankroos M. Breuer. Ja. Wird auch oben gleich angezeigt. Abonnieren. Und die Glocke nicht vergessen. Damit ihr keines meiner. Demnächstes verfügbaren Videos verpasst. Da seht ihr es nochmal. Mein erstes ist jetzt irgendwie online gegangen. Ich denke mal. Ich gucke gerade nach. Ob es online ist. Aber dann könnt ihr euch gerne freuen. Macht gerne Kommentare. Lass bei jedem Video ein Like da. Sonst kommt der Onkel kein nach Hause. Und dann gibt es Ärger. Also hat er jetzt auch nur so zum Spaß gesagt. Wegen vielen haben geschrieben. Oh komm jetzt wirklich zu mir nach Hause ist alles nur Spaß. Hat er gesagt. Okay. Danke. Danke. Aber trotzdem Dankeschön auf das Video. Das ist auch noch oben. Da haben sich wohl viele gedacht. Dann mache ich mal lieber. Aber alles ist zu Spaß. Aber bitte die Abonniert mich nicht. Ist das so grausig. Okay. Bitte die Abonniert mich nicht Leute. Ja. Will der Frank noch etwas sagen? Was wichtig ist? Nein. Ich sage. Ich bin weg. Und tschüss. Ja. Okay. Leute. Ähm. Prack. Leute. Wir haben wohl ein Prack an euch. Nein Leute. Alles gut. Ähm. Ja Leute. Also auf jeden Fall. Abonniert mal. Ah. Das war jetzt kein Prack. Ich habe mich gerade auf einer Plastiktüte gesetzt. Das hat ganz schön wehgetan. Das ist auch immer noch nicht. Also Leute. Abonniert meinen Kanal. Ich stelle so ein bisschen meine Basis hier. Chillt meinen Kanal. Ich meine. Chillt die Videos die ich hier. Guckt das Video hier. Schöne. Liegen an. Wer noch Schüler hat. Ganz Tag oder so. Guckt sich das einfach heute Abend an. Oder wie er es will. Leute. Ich würde sagen. Tschau. Eheh heh heh, joh lo de meslekvall, jo wa da meslek bis issum vula.